Willkommen zur Art Show. Heute beschäftigen wir uns mit Spachtel. Und ich darf heute unseren Gast vorstellen. Das ist Kurt Buschmann. Guten Tag liebe Leute. Kurt Buschmann ist an sich ein eingefleischter Musiker. Aber der malt auch ganz tolle Bilder und ist sehr aktiv gerade in Hamburger Kunstszene. Seit wann warst du Kurt? Ich habe als Kind schon angefangen zu malen. Wir haben irgendwann auch so Schnitzereien gemacht, später technisches Zeichnen. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit der Idee Musik in Farbe gießen. Das ist ja interessant. Musik in Farbe gießen. Da hast du reichlich gegossen. Und dann waren wieder andere Pläne. Und eigentlich seit Januar 2013 mal ich richtig aktiv. Machst du Ausstellungen? Ja, Ausstellungen. Meine erste war 2016. Aber richtig aktiv malen. Also wo das mich richtig gefasst hat, war Januar 2013. Da war ich auch sehr inspiriert von jemandem. Und da bin ich dann los und bis zum nächsten Jahr. Sehr schön. Und weißt du was? Ich bin sehr froh, dass ich endlich jetzt einen Mann dabei habe. Bis jetzt waren es immer Frauen. Jetzt könnt ihr sehen, auch ein Mann ist dabei. Und wir werden heute Spachteln. Genau. Und du beschäftigst dich beim Malen hauptsächlich auch mit Spachteln. Das ist so dein wichtigstes Instrument. Wie viel mit Spachteln, aber eben auch mit vielen anderen Techniken. Ja. Ich misch die Techniken gerne. Ja. Aber Spachteln ist schon sehr, sehr viel. Also in den Bildern auch drin. Ja. Mit Mischtechniken oder so. Deswegen habe ich dich auch so hierher geholt, weil mit Spachteln habe ich ja wenig gemacht. Meine Zuschauer kennen das. Das ist ja meistens Rackeln. 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 Aber Spachteln ist auch so die Familie sozusagen. Genau. Aber es ist trotzdem anders. Es ist nochmal anders. Es ist kleiner. Ja, kleiner. Man kann auch mit großen Spachteln arbeiten. Aber man holt sozusagen mit dem Spachteln ja die Untergründe nochmal hoch und verbindet das sozusagen mit der Oberfläche. Und je nachdem die Geschichte man hat, umso interessanter werden die Dinge, die über Spachteln wieder nach vorne. Ja, Geschichten. Ja. Ich bin sehr gespannt. Also, wir können jetzt langsam loslegen. Wir kopieren als erstes, würde ich sagen, unsere Leinwand. Ne, Leinwand ist es nicht. Das ist ja Papier. Aber es ist eine große Fläche und wir machen jetzt nicht eine Farbe, sondern mehrere Farben. Ja, genau. Und das wird uns als untere Schicht sozusagen. Genau, das erste Schicht. Okay. Ich sehe gerade gelb. Und irgendwer sagt mir, ich soll mit gelb anfangen. Und ich nehme blau. Okay, du nimmst blau. Das ist so witzig, weil das habe ich mir gedacht bekommen. Ja, okay. Okay. Also, wir fangen jetzt an. Ups. zfft auf mit der grundierung sind wir jetzt fertig ich glaube das bild schon mal an sich so sieht es gut aus oder es gibt ja künstler die stellen schon solche bilder aus und wie gehst du dann vor wenn jetzt grundierung drauf ist was wäre dann erst der schritt genau das bilden wir erst mal kontrast mit weiß und schwarz ja und grautöne dazwischen und dann gehen wir sozusagen ein bisschen dicker drauf und spachteln gleich ein also ein und gleich also ein teil und gleich ein spachteln und dann wieder drauf und okay dann fangen wir damit ab du willst jetzt ich würde es graue farbe nehmen nicht spachteln mit schwarz ist eine farbe wo sie so ganz meisten menschen trauen sich nicht sagen so ans schwarz kann sich weniger ja und es ist auch nicht einfach mit schwarz umzugehen schwarz kann tatsächlich vieles kaputt machen mit schwarz muss man umzugehen ja ich habe jetzt wunderbares raus so jetzt geht es los das erste spachtelbewege also benutzt auch schwamm dabei ja ja sehr gut schwarz ist immer gut ich bin immer für schwarz ich brauche jetzt was helms man kann sagen dass das raschelbewege und auch spachtelbewege das ist ja an sich schichtenmaler ich bin auch schon zum weiten gestiegen ich kann es auch schon zum weiten gestiegen und ich sehe dass du auch nicht scheust abgerundete bewegen also mit tragetechnik ist es ein bisschen schwierig abzurunden aber mit spachtelbewege das möchte ich nur den zuschauer zeigen am besten mit anderer farbe wie man mit spachtel abrunden kann ja ok das hast du auch gerade gemacht ich brauche ein bisschen mehr farbe ich werde jetzt zu rosa überlegen ich hoffe du hast nichts dagegen ich nehme jetzt rosa nehme ich also wenn man so runde Sachen machen möchte dreht man das dreht man genau also wie hier ich mache das mal ich mache das mal ja aha ja und dann kann man diese die hier vorne sind schön benutzen ja und jetzt kommen mit dem kleinen mit dem kleinen mit dem kleinen weißt du was ich mache ich mag das hier das ist was tun das ist so richtige spachtel ja damit kann man auch damit kann man so ganz gut ziehen und gut steuern es ist wie wilder gespachtelt und es ist jetzt etwas entstanden magst du das liken gut ist super sehr sehr expressiv und wir können jetzt noch noch weiter spachteln so paar stellen nochmal verspachteln und zum schluss würde ich sagen dass wir fein arbeiten genau arbeitest du mit großen formaten so deine formate also das geht schon bis habe ich 1,20 x,40 x,40 x, größere haben wir noch nicht gemacht aber du hast auch ganz kleine aber ich habe auch so miniaturen also so mit der gründe da habe ich dann wenn ich es gespachtelt habe mit so ganz feinen und du spachtest die kleine mit ganz klein so mit miniaturen und da habe ich ganz viel gespachtelten Und ist das für dich großer Unterschied? Gehst du da anders ran bei kleinen Formaten? Ja, also mit so einer großen Leidwand, da tanzt man schon körperlich rein. Erlaubt mehr einfach. Bei kleinen muss man sehr, sehr aufpassen. Sehr aufpassen, aber es macht auch, das hat seinen ganz eigenen Reiz. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es eigentlich besser oder schlechter ist, aber ich mache beides super, super gerne. Ja, ich sehe bei dir, dass du beides sehr gerne machst. Und natürlich spielt bei Kurt Musik eine große Rolle. Und natürlich ohne Musik geht nicht. Wir brauchen musikalische Themen heute. Hörst du Musik, wenn du willst? Deine eigene Musik? Nee, also bei mir ist äußerlich still, weil ich in mir so viel Musik höre. Ja, ja. Du hörst ja sowieso. Aber wenn dieses Video läuft, werden wir im Hintergrund kurz Musik hören. Da hast du sagen, Kurt spielt gerne Saxophon. Und du bist seit den 70er in Hamburg, nicht wahr? Genau, ich bin am 5. Januar 79, bin ich nach Hamburg. Ja, aus? Zuerst aus München und dann... Er ist ein Bayer, ein richtiger Bayer. Ja, ja. Und Drostberg ist in der Nähe von Chiemsee. Da bin ich bis ich da zum Aufkommen bin. Ja, ja, ja. Also wir sind welchen dazwischen, oder? Bayern und Hamburg? Ja, ja, also ich bin ja nun auch viel gereist. Und es ist einfach so, dass ich mich einfach immer irgendwie sehr wohl gefühlt war aus Hamburg. Natürlich, ich bin eher... Ich bin viel Ski gefahren, war in den Bergen. Aber ich bin eher Wasser Mensch. Ja, ja. Ich liebe das, wie ich zum ersten Mal an der Elbe war und war so Hammer. Das war schon... Ja, ja. Hamburg vermittelt für mich sowas wie, als ob die Stadt am Meer wohne. Ja. Das hat ja so... Die Elbe hat ja so mehr als frische, ne? Durch die Schiefe, auch die reinkommen, wenn man an der Elbe spazieren geht. Das ist eine sehr gute Idee. Eine sehr gute Idee. Meine Spaziergege sind ja meistens an der Elbe. Da kann man wirklich inspirieren wollen. Absolut. Und bist du jetzt mehr musikalisch unterwegs, so mit den Menschen, oder mehr künstlerisch unterwegs? Mittlerweile ist es ziemlich gleich. Ja. Also zur Zeit bin ich in zwei Ausstellungen zu sehen. Einzelausstellungen, Gemeinschaftsausstellungen. Dann waren wir gerade auf einer Messe mit der Hango Kunstgalerie zwei Tage. Also das langsam sozusagen gleicht sich die Kurs der Musik an. Jetzt wechseln wir die Seiten. Die Seiten, genau. Ich mache es jetzt da. Und ich würde jetzt noch mit hellen Farben reingehen. Genau. Du gehst mit schwarzer Schachtel. Okay. Oder mit Mischung. Ich glaube, ich nehme ein Messfalter hier. Und da gehe ich mit... Die nimmst du wieder. Die nehme ich, genau. Das ist im Moment mein Lieblingsspachtel. Und ich werde etwas aufhellen. Also unsere liebe Zuschauer dürfen nicht vergessen, dass die Acrylfarben nachdunkeln. Das ist... Das sage ich immer bei den Workshops. Es wird nicht zu dunkel. Ja, genau. Weil hinterher, wenn die Farben anfangen zu trocknen, werden sie dunkel. Dann sind viele enttäuscht natürlich. Die untere Seite haben wir so ein bisschen vernachlässig. So... 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 Ja, das ist ja. so die Räume auf, in dem Bilder. Es geht darum, dass wir die Räume auch aufmachen, die Betonen. Ja komm, ich bin gut. Aber du kannst auch gerne mal auf diese Seite. Ich brauche mehr Reis. Unterwegs hat mir Kurt einen interessanten Satz gesagt. Wie war das nochmal? Spachteln wie Wachteln. Ja genau, weil Spachteln ist beim Beispiel auch Essen. Wenn man sagt, Richard, wir gehen in Spachteln. Das ist Essen, wegen Spachteln? Spachteln. Genau. Das machen wir doch. Wir Spachteln, Wachteln. Wir Spachteln, Wachteln. Vermisst du meinen Sprat bei Jan? Nein. Nein, ich habe keinen Heimweh in dem Sinn. Aber ich bin gerne da. Meine liebste Kerstin, ich fand das gerade in München. Das war natürlich schön, mal wieder an die alten Plätze, die ich so finde. Ja, hast du ja alles gezeigt. Ja genau. Und vor allem das Essen. Spachteln. Ja, ja, ja. Es ist sehr deftig, das Essen. Schön. Weißwürste. Vegetarier werden das. Jetzt werden gleich die Gedanken gegangen. Oh, Buschmann. Ja. Kurt Buschmann isst gerne. Du bist doch ein Genießer. Absolut. Essen, also alles was sämtlich ist, ist meins. Boah, jetzt kriege ich Hunger. Wir gehen gleich Spachteln. Wir gehen gleich Spachteln. Ja, Spachteln, Spachteln. Du bist jetzt zum Weiß übergegangen. Ich würde jetzt zum Schwarz übergehen. Ein paar Akzente schwarz setzen. Machst du? Ja. Okay. Auf der Seite? Oder auf der Seite? Also hier würde ich machen, aber ganz, ganz, also ganz so rand. Also keine Flächen, nur rand. Guck mal, so. Ganz wenig, ganz wenig schwarz. Das könnte man, da könnte man vielleicht auch schwarz oder weiß. Weiß, weiß, weiß. So was wie das. Guck mal. Das ist hier so eine weiße Farbe. Ach, sehr schön Kontrast. Schwarz und weiß liebe ich. Ich auch. Ihr habt jetzt ja ein bisschen neues und Bunkon gesagt. Ja. 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 Ja, ich habe dem Mix vor auch schwarz-weiße. Also Wohnstoff für schwarz-weiße Kabel zu geben. Da wird es nur schwarz-weiß geben. Nichts anderes. Ja. Und natürlich was dazwischen ist auch. Da ist der Empfang. Du hast ja ganz tolle Spachtelwerkzeuge mitgebracht. Hunde. Ja, die haben sich so angesammelt. Ja. Das ist... Kennst du ja selber nicht aufkommen. Ja, ja. Ja. Ganz viele Sachen. Ja. Die braucht man nicht immer. Aber hin und wieder braucht man ja die. Bloß nichts wegschmeißen. Ne, bloß nicht. Also ich nehme auch mal eine Saxophonplättchen. Wenn es bei so einem kleinen Mini, der spachtelig wird. Echt? Kaputten Saxophonplättchen. Habe ich sogar eins zum Beispiel. Ja. Also weil du gesagt hast mit Musik. Zum Beispiel wenn ich Musik höre. Und zum Beispiel jetzt läuft bei mir, bei der letzten Zeit, aber jetzt sofort wieder, ist es da die Tänzerin von Ulla Meineke. Mhm. Wie geht das nochmal? Du bist die Tänzerin im Sturm. Du bist das Kind auf den eis. Du schmeißt nicht wieder nur zu unten. Das Grote-Eis muss Musik dabei sein. Also du meinst, dass dieses Stück Werk vermittelt dir diese Melodie, das ist jetzt hier drin, meinst du? Ich bin gerade, ich weiß gar nicht, was herkommt. War die Musik schon da? Rhythmus auch? Ja, irgendwie tanzt das schon. Das ist der Rhythmus? Ja. Hat ja was Jazziges auch. Bist du im Jazz zu Hause? Ich bin schon ganz platt aufgestellt. Also Weltmusik, Blues, Rock, Funk, Soul, Jazz, Pop. Also alles was interessant ist. Latin zum Beispiel. Ich habe auch viel mit indischen Musikern gespielt, mit organischen. Und dein Hauptinstrument ist? Saxophon. Saxophon. Trompete gar nicht. Ne, ich habe eine Posaune probiert. Das war auch lustig. Aber das war nicht wirklich mein Instrument. Ja. Ich komme ursprünglich vom Gesang. Ach, du singst doch auch. Ja. Das war ja ein bisschen 10-jähriger, hatte ich schon mit einem Vokal-Six durchgesungen. Und mit 8 Jahren habe ich Akkordeon angefangen, bis ich 12 war. Dann kam Gitarre, dann kam Klavier. Es gibt ja einige Aufnahmen aus den 80ern, wo gut ganz anders aussieht. Typisch 80er Jahre Musiker. Da hatte ich noch ein Haarprojekt, ne? Du hast ja so eine ominöse Schnauze auch. Genau. Ich habe alle Bärte ausprobiert. Ja. Ich konnte ausprobieren. Also alles. Und dieser ominöse Schnauze. Ja. Das war damals, gab es im Fernseher Jason King, den Privatdetektiven. Und viele, die mit diesem Jason King war. Ja, ja, ja. Das hatten viele auch in den 70er Jahren. Das war die alte Aufnahme. Und dann mit Locken auch noch. Genau, ja. Zum Beispiel der Schlagzeuger von Pink Floyd, Nick Mason. Genau. Jim Croce. Ja, ja. Ganz viel. Und von Ken auch, der Holger Schukai, der hatte auch sowas. Ja, genau. Sichelbart nennt man das, ne? Sichelbart. Oder? Sichelbart. Wir haben gesagt, Jason King baut. Oh, okay. Aber wenn man heute sowas tragen würde, das geht gar nicht, oder? Das ist wie Fokuvila. Ja, genau. Entschuldigung. Ja, genau. Ich würde sagen, dass wir die Hälfte schon überstanden haben. Das ist eine ganze Menge da. Also, ich habe jetzt von Weiden das Blick angeschaut und das Dunkle hier, diese Figur könnte man hier so ansatzweise wiederholen, dass es so eine Verbindung ist. Genau. Da entsteht so eine Art Figur hier. Vielleicht kannst du das hier, ne? Genau. Da ist schon der Kopf angedeutet. Und da vielleicht noch mal so Verbindung her. Und ich würde, und das würde ich auch allen raten, das sieht immer sehr gut aus, zum Beispiel, wenn eine Farbe, eine kräftige Farbe an einer Stelle konzentriert ist. Und das wäre hier. Hier. Hier kann man das Rote nochmal sehr kräftig nennen und alles andere einfach sowas. Aber dann ist hier irgendwas Rotes, ne? Das muss ich nicht überall wiederholen. Okay. Nur hier. Und das hat so einen klassischen Charakter. Sehr gut. Ja. Gut, dann gehe ich in die Figur. Und ich kümmere mich um das Rot. Genau. Alles klar. Sehr gut. Ich arbeite jetzt schon mal mit dem Pinsel. Okay. Ja, Pinsel ist immer dabei. Wenn man denkt, ja, Pinsel braucht man hier nicht, aber... Nee, nee, Pinsel braucht man. Schon. Ich glaube, hier braucht man Pinsel. Mhm. Also, ich würde sagen, dass wir jetzt bei Feinheiten sind. Genau. Ja, genau. Das Grobe ist schon da. Kupf. Und jetzt zeigen wir unsere zarte Seele sozusagen. Wenn wir das Ganze ein bisschen feiner gestalten. Ja, ich gebe dir sie mal. Okay, ich bin dran. Los geht's schon. Musik 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 movie ... ... ... ... ... ... ... ... ... oft mit den anderen zusammen, so was wir jetzt gerade machen, so ein Gemeinschaftswerk? Ich habe das schon mal gemacht. Kerstin und mich haben schon mal so was gemacht. Und ich habe das früher mal mit die Hand gemacht. Auf einer Leine? Auf einer Leine, ja. Also da haben wir immer mal Pappen genommen. Das können nicht viele, weil jetzt hast du mal ein Ding übermalt und so, da sieht man, was da Ego machen kann. Das stimmt wirklich. Also ich habe auch meine Leute gefragt, habt ihr Lust, mögt ihr das? Ja, das ist nicht einfach. Manche haben auch tatsächlich Angst zu übermalen, was der andere gemalt hat und da entsteht so eine Art, man behindert sich gegenseitig. Und natürlich, da kann nichts werden, mein Bild. Ja, genau. Ja, das ist, da muss man sich schon befreien. Also sowas zu machen, einfach, das... Du hast kein Problem mit dabei? Nein, nein, das ist ja zum Beispiel, wir lassen auch Musik, also mit Sven van der Maers Sessions, da machen wir nur solche Musik, die gibt es nicht. Die entsteht in dem Moment. In dem Moment, ja. Man ergänzt einander, ne? Ja, genau. So ist es beim Malen, warum ist das nicht mehr... Für mich ist es sowas wie Jam Session beim Malen. Ja, genau. Ganz genau. Genau. Und er hat den Mut zu haben, auch zu sagen, es könnte ja in die Hose gehen, ne? Es könnte in die Hose gehen, aber es geht nicht in die Hose. Es geht nicht, ne? Ja. Ja, es geht doch immer darum, wenn man zu große Erwartungen hat, dann scheitert man. Das ist ja Musik so, das ist ja normalerweise so. Erwartungen dämpfen. Wenn man immer, wenn man denkt, man muss, man will was richtig machen. Ja. Dann macht man es falsch in Doppelstand. Ja, ja, leider. So, guck mal kurz, ich habe jetzt angefangen, so vielleicht so Außenfarbton, Außenhauptton reinzubringen, und das ist dann so eine Farbe. Ja, sehr stark. Ja, cool. Das kann man jetzt nur, ich kann da rüber ziehen, genau. Und hier machst du noch ein paar Feinheiten, vielleicht so schwarz oder weiß. Genau. Und ich komme damit dann zur anderen Seite. Ja, okay, gut. Sehr schön. Ja, ich glaube, die Farbe ist... Ich glaube, ich grenze hier noch immer ein bisschen. Klar, beim Malen ist es ja natürlich, kann man ja absprechen. Ich mache jetzt so, machst du so, aber bei Musik geht das nicht. Auf der Bühne kannst du nicht aufhören und sagen, ich spielst du jetzt das und ich spiele das. Das muss ja sehr schnell gehen. Man kann sich das manchmal zuliefen. Ja, man deutet schon. Ja. Und man gibt auch Zeichen. Ja, hattest du schon mal so, wo es so nicht so geklappt hat, so viele? Ja. Ganz lange, ja. Ja. Das man ja nicht verstanden hat. Ja, da war ich eingeladen mitzuspielen. Aber die Band hat sozusagen die Titel nicht aufgemacht. Aha. Und dann, die haben sie halt... Es gibt dann, ja, das Musikmal, wo man... Das ist für mich kein Musikmal, Titel, einfach nur aufspielen. Oh ja. Und da ist natürlich jegliche Kreativität da. Weg. Ja, ja. Du weißt, es ist Playback, wenn Playback und dann... Ja, das ist noch mal was anderes. Also zum Beispiel, wenn ich alleine gebucht bin, dann sagen die Leute manchmal, also entweder das Saxofon, Solo, Rune, einfach pur. Oder eben mit Playbacks, aber da muss man schon wirklich gute Playbacks haben. Ja. Da muss man auch Geld als Geld erfüllen. Ja. Oder wenn ich mit Ike Morris spiele, zum Beispiel... Du spielst mit Ike Morris sehr oft. Ja. Der ist ja im Sommer... Immer im Sommer, genau. Der kommt... Der ist ja unten in Südafrika. Ist wirklich ein Popstar. Ja. Ist ein alter Bergerufe. Aha. Ihr seid richtige Freunde. Wir sind dicke Freunde, ja. Und jetzt produzieren wir auch gemeinsam schon mal... Also ihr schreibt die Titel, aber ich spiele dann schon mal Saxofon, ne? Da schickt ihr mir das. Heute geht das ja so. Kein Weg mehr. Du wirst... Ja. Wie transferen. Ja, das ist sehr einfach. So. Lieber Kurt, ich glaube wir nähern uns dem Engel. Wir haben jetzt das Bild nochmal angeschaut und das schaut schon mal sehr gut aus. Würdest du da was verändern nochmal? Ich würde das hier nochmal ein bisschen beruhigen. Ganz leicht. Mit Schwamm. Und ich würde eventuell da auch nochmal ein bisschen... Beruhigung schaffen. Mit Schwamm. Ja. Mit Schwamm. Genau. Mit Schwamm jetzt rein. So dass man merkt, dass es die Perspektive ein bisschen verstärken kann. Okay. Das heißt der letzte Schritt wäre die Beruhigung mit Schwamm. Ich würde ja auch gerne mit Schwamm auch. Okay. Okay. Dann... Das ist sauberer, ne? Vielleicht geht man da viel sauberer. Genau. Du wolltest wahrscheinlich mit diesem Blau noch etwas beruhigen. Genau. Aber vielleicht auch nicht mit dem Blau. Das andere was? Sondern eher mit diesem Mischschul. Genau. Wenn man mit Schwamm tupft, kann man ja ganz schöne Flächen damit schenken. Ja genau. Und das werden wir beruhigen, damit es nicht ausarbeitet. Aber nicht ausarbeitet. A minute ausgesetzt, wird ne das gewö Λ horas war. Du w helft warst da in etwa vier vijugpyyijo Eveken. Und dann Triambulsa karal. Jaáfic, man ja viel strode. Das ist jailes wieder rausgeiment. Dass wir aufjas сердig wieder rausseven女 calligange Natur, れる with werfen und freinung und vermanen schrecklich. Jaáb Zutaten werden wir hier noch einmal einstellen, aber nicht nur ein bisschen, sondern auch ein bisschen. Damit ist die Zutaten hervorragend. Ich bin echt wichtig, Ich werde jetzt die Zutaten beenden. Schwamm ist die Rettung. Die letzte Rettung. Wenn irgendwas nicht geklappt hat, mit Schwamm geht alles. Genau. Schwamm ist noch unterschätzt. Ich setze mich für Schwamm ein. Oh nein, es wird niemals schwammig. Ja. So, guck mal. Darf ich mal? Ein bisschen Farbe klauen. Aber selbstverständlich. Ja. Ja. Okay. 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 Wir haben jetzt zusammen unser erstes gemeinsames Werk gemalt und ich bin zufrieden. Ich auch. Es ist sehr schnell ein sehr interessantes Werk entstanden. Würde wir einen Namen finden für das Bild? Ich hätte schon eins. Ja, sag ich. Du bist etwas in die Richtung mit Wachtel und so. Ach ja, genau. Dann wäre es ein bayerisches Bild. Wachtel, Spachtel wie Wachtel? Wachtelspachtel. 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 Das Bild heißt Wachtelspachtel. Das ist bayerisch und am Anfang der Sendung hat... Oh nein, der Mitte war das. Hast du erklärt, was das heißt? Hat ja was mit Essen zu tun. Ja, Kurt, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Dankeschön. Und das war Art Show Spachtel Wachtel mit Kurt Buschmann. Und tschüss. Tschüss. 0,5, 20, 20. 0,5, 20. 0,5, 20. 0,5.